Das historische Museum des Tripa hat einiges zu bieten. Geologische Funde aus den Achterhugischen Erdschichten wie Fossilien, Pyrits, Kalkformationen aus dem Oligocen und vieles mehr. Auch Möbel, Handwerkszeug und Gebrauchsgegenstände aus nicht ganz so ferner Zeit sind hier ausgestellt. Sogar ein altes Bauernhaus, das Stein für Stein abgetragen und hier wieder aufgebaut wurde, kann bei Desripa besichtigt werden. Hier wird deutlich, wie entbehrungsreich das Leben vor über 100 Jahren war. Ob Küche, Arbeitsraum oder, Verzeihung, das Plumpsklo. Alles wurde liebevoll restauriert und zusammengetragen. Desripa Historisch Museum Eibergen, Hagen 24 in Eibergen.